Hallo, ich bin die Greichgau-Weinprinzessin Svenja Vangelik und ziehe heute die Gewinner der Bretter Weinmarktverlosung. Zu gewinnen gab es für die Plätze 2, 3 und 4 jeweils das Greichgau-Stromberg-Weinlesebuch und für den ersten Platz zwei Übernachtungen im Wellnesshotel Urstlauerhof. Wir kommen nun zum Platz 4. Das ist Günther Stadlinge aus Fretten. Platz 3 Gerti Boku aus Blankenloch. Und der zweite Platz Kürer Hähnle aus Knittling. Und der erste Platz Edgar Gratzmeier aus Brennen. Herzlichen Glückwunsch! Platz 4 Gerti Boku aus Blankenloch. 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 Platz 5 Gerti Boku aus Blankenloch. Vielen Dank.